So, da sind wir wieder, meine Freunde, zurück in einer neuen Folge Wolfenstein The New Colossus. Ja, und diesmal kann ich anscheinend das Spiel auch minimieren. Ich habe ein Grafikkartentreiber-Update gemacht, war wohl mal wieder notwendig. Und, äh, ja, ich hatte sonst auch immer eine Fehlermeldung am Anfang des Spiels und die ist diesmal schon nicht gewesen. Und halt, äh, wie gesagt, ich habe ihn probiert zu minimieren und ein Mann frei. Oh, ich habe gerade einen kleinen Ruckler gehabt. Ähm, so, vorgestern bin ich hier gestorben, ich erinnere mich. I remember. So, hm, hm. Ich musste hier noch weiter runter, ne, so war das doch. So, hm. So, wir sneaken uns weiter hier durch. Meine Fresse. Nein! Mist. Oh, Mann. Nur weil der den Headshot ausgehalten hat. Was soll denn das? Ach, Mann, oh, Mann. Ja, ich werde jetzt ne, äh, ein, zwei Folgen aufnehmen. Ach, fick dich doch! Ja, komm, hier, kill mich. Äh, ja. Ich habe heute einfach Bock aufzunehmen. Liegt wahrscheinlich auch daran, dass ich gestern, äh, bei ARK so einen kleinen Ragequit hatte. Alles schön und gut gewesen in dem Spiel. Ich kann mich damit abfinden, wenn ich sterbe und wenn ich Tiere verliere und alles schön und gut. Aber der Höhepunkt war halt, in dem Moment, ich hätte meine Tiere wahrscheinlich retten können, äh, bin ich einfach vom Server geflogen. Und, äh, meine Tastatur bedankt sich. Da fehlt immer noch eine Taste. Ähm, ja, die Füße hinten an der Tastatur sind gebrochen. Äh, ja. Zum Glück ist das keine allzu teure Tastatur gewesen. Ich sag mal, äh, die hat mit Maus und Pad 40 Euro gekostet. Und, naja. Ist schon ein bisschen was her. Ach, der andere ist ja noch über mir. Wenn man diese Großen wenigstens leise töten könnte, ne? Aber diese Stromkanonen, die kostet ja, die ist laut. Ich könnte auch einfach da auf die Fässer schießen. Äh, wie gesagt, ich hab das hier alles schon mal gemacht. Das ist alles immer noch nach meiner Fail-Aufnahme, könnte man sagen. Okay. Ich hab auch nur 20% Leben. Was ist das für ein Bug? Hey, du da. Oh. Scharfe Axt. Wolf. Ach, das waren die Kippen. Also, eigentlich hab ich 100% Leben. Wieso ich das eben nicht hatte, weiß ich auch nicht. Ich seh das nicht. Guckt der in meine Richtung, oder? Ja, der guckt in meine Richtung. So. Der Typ ist über mir. Ay caramba! Zum Glück weiß ich, dass ich hier nicht hochkomme. Der ist genau über mir. Da steht der Große. Das ist doof, sie kann man nicht killen von hinten, ne? Man macht halt diesen scheiß Rucksack kaputt. Hey, Bro. Chill mal deine Base, Digga. Will, ich brauch Hilfe. Beeil dich, bitte. Ja, ja, ich bin auf dem... ... ... Raid zu dir, meine Liebling. Ratatatapeng! Oh, so ein Großer. Peng! Interessieren die sich jetzt eigentlich dafür? Ach, die sind weg. Lustig. Ähm, okay. Das war's. Dafür brauchtest du jetzt Hilfe, Püppi? Die hättest du auch alleine geschafft. Warte mal. Bevor wir hier weggehen, das ist wichtig. Erstmal vollladen. Hey, Anja, wo bist du? Ach da. Okay. Ja, Quatsch nicht. Lass mich da rein. Das weiß ich doch nicht. Ein und sechst du? Ey, das sagt man nicht ohne Grund. Das war klar. Lass sie in Frieden. Sie trägt meine Kinder in sich. Jetzt nicht mehr. Bye, bye. Oh, nein, 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 nein. Mir geht's nicht gut. Das war Fail. Ach, da bist du. Zerstör den großen Ventilator und geh ihn durch. Durch das Belüftungssystem solltest du einen Weg hinaus finden. William, auf der anderen Seite ist noch ein Schacht. Von dort aus solltest du den Munin-Leitstand erreichen. Dort musst du die Steuerbordverteidigung deaktivieren. Ich gehe weiter zum Odin-Hauptleitstand. Hey, du Wichser. Oh, Mann. Gut, dann hol ich die Sniper raus. Ach, nö. Guten Tag. E-Beams. The Billy. Uh, noch eine. Ich höre Roboter. William, ich nähere mich dem Odin-Hauptleitstand. Wir treffen uns dort, wenn du die Steuerbordverteidigung deaktiviert hast. Achso, ich hab ja die scheiß Donnerfäuste. Ich kann euch einfach umrennen, Leute. Legt euch nicht mit mir an. Denn ich bin der verdammte Terror-Billy und ich will Frau Engels Gesicht sehen, wenn sie weiß, dass ich lebe. Und ich will auch das Gesicht von Herr Heiler sehen, wenn er weiß, wen er da zu seinem Star machen wollte. Und ich will das nicht mit mir an. Fress das! Wichser! Hahaha, danke. Halt's Maul! So. Äh, muss ich wieder eingeben? A, L, A, L, L, A. Valhala. Na? So. Easy, Digga, easy. Komm mal, hier wäre ich auch durchgekommen. Wenn denn schon... Dann machen wir alles zerlegen. So. Ich habe das Gefühl... Ich habe das Gefühl... So, nicht mein Freund. So. 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 Meine Freunde. Und ab jetzt... Noch bin ich... Hier war ich schon. Ach doch. Da oben müssen wir noch. Dann bin ich wieder komplett blind. Ich komme an. War das nicht? Genau, darauf habe ich gewartet. Sehr ruhiger Geselle. Muss man sagen. Schön, dass du bald da bist, William. Ich kündige mich an, würde ich sagen. Ich kündige mich an. Da ist noch... Hier war ich gar nicht. Hier ist noch ein Medikid. Cool, und ich habe hier beim letzten Mal verzweifelt versucht zu überleben. Besonders gleich eine Etage höher. Wo ist der Typ hin? Was ist eine Scheißwaffe hier? Friss das! Oh, das waren sogar beide? Alles klar. So gefällt Papa das. So gefällt mir das. Achso, da muss ich mich ducken. Auf zu meckern. Ja, das Schwere kommt jetzt erst. Au. Okay. Okay. Das war beim letzten Mal wesentlich schwerer, weil ich beim letzten Mal kein Strom hatte. Au. Irgendwo geistert hier auch noch so ein großer rum. Meine Fresse! Sterbt endlich! So. So. Ach, hier liegt doch eine Heilung! Habe ich letztes Mal alles gar nicht gesehen. Da bin ich nachher straight durchgelaufen. Da könnte man bestimmt mit den Schlangen-Dingern durch. Mit dem Python-Griff oder wie das Ding heißt. Äh, ja. Verpiss dich mal. So. Oh, wie ist der denn gestorben? Ich wollte doch sagen, hier war doch irgendwo auch noch ein Kommandant. Na gut. Und wenn dem so ist, dann ziehe ich hier weiter. Äh. Zu lesen war hier, glaube ich, nichts mehr. Aber ich muss mal schnell die Fenster zumachen. Das wird langsam ein bisschen kühl. Gut, äh, das hätten wir. Jetzt drehe ich die Heizung nochmal auf. Und dann geht's weiter. Ah! So. Meine Fresse! Oh, was war das? Kabel. Huah! So. Weiter geht er hier auf dem Meter. Äh, ähm. So. Jetzt bin ich hier. Hier kann ich nochmal aufladen. Das werden wir auch brauchen. Und dann können wir nämlich hier nach oben. So. Und hier kommt die nette Begrüßung. Das war's mit denen. Boah, fuck. Ja, bis hier hatte ich beim letzten Mal gespielt. Und, äh. Ja. Hab's sehr oft probiert. Und hab dann gemerkt, dass mir dann doch etwas, äh, dass etwas nicht so ist, wie es sein sollte in der Aufnahme. Okay. Okay. Das ist nochmal welche. Das Schlimme ist, die Dinger sind nicht mal das Problem Das Problem kommt jetzt erst Da kommt nämlich was Großes Wahrscheinlich sterbe ich, bevor ich aufgeladen bin, oder? Ne? Ich brauche aber auch Leben Ich weiß nicht, wie viele Soldaten hier auftauchen Und dann musst du wieder von vorne anfangen Ja Und das hat mich beim letzten Mal ein bisschen abgefuckt Bis ich dann gemerkt habe Aufnahmeschrott Was? Das ist doch wohl ein Witz Das ist doch wohl ein Witz Ja, äh, das war's für mich Oder auch nicht Oh So So Oh Hallelujah Hallelujah Halleluja! Fuck it! Ich kann nicht aufladen! Mann! Ich bin jetzt aufladen! Ich bin jetzt aufladen! Nein! Und er da! Oh! Scheiße! Oh, Mist! Das sind zu viele Leute auch. Ach, scheiße. Und wieder von vorne. Das ist das Nervige da dran. Ach, komm. Ich hab dich erwischt. Den Loop. Den lege ich mir mal hier hin. Fixer! Oh, das ist schon wieder so nicht... Ah, das sind die Roboter-Dinge, Mann! Was mache ich denn da? Das kann nicht sein! Wie kann man denn daneben schießen? Ich hab doch genau neben die Tür geschossen, weißt du? Und das fliegt durch den natürlich an der Seite vorbei. Hey, das ist manchmal zum Kotzen. Komm, hier. Ich hab auf die Waffe gewechselt. Das Spiel übertreibt ja auch gar nicht, muss man ja mal sagen. So. Das Spiel ist nicht gut. Ich bin gleich. Ich bin so. Ich bin so. Du kannst die Waffe gewechselt. Ich bin so. Ich bin so. Und du kannst die Waffe gewechselt. Ich bin so. 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 Komm schon Leute, schneller!